Wie immer vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Wir sprechen heute über das Xiaomi 13 und ja, Xiaomi hat es jetzt am Start und dieses Smartphone dürfte wirklich für einige von euch interessant sein. Vom Design über die Hardware bis hin zu Änderungen in der Software ist einiges mit diesem Update geboten. Und das Interessanteste vorweg, dieses Smartphone ist kompakt. Nun ja, zumindest für Android-Devices, aber alles in allem ist es eher eines der kleineren Modelle im Vergleich zur klassischen Kost, die wir sonst bekommen. Ich stelle es euch jetzt vor und würde einfach sagen, los geht's. Ihr bekommt hier ein 6,36 Zoll großes E6 AMOLED Display. Dazu gibt es eine Bildwiederholrate von 120 Hz, HDR10 Plus und eine Full HD Plus Auflösung. Interessant an dieser Stelle, die Kanten sind nicht abgerundet und das macht das Xiaomi 13 doch am Ende schon recht interessant. Das kantige Design ist vielleicht für den einen oder anderen nicht zwingend ein Handschmeichler, aber ein Hingucker ist es und für mich persönlich gehört das kantige Design immer zu den Designvorstellungen, die etwas edler wirken. Beim Display bekommt ihr zwar noch nicht das Allerbeste, was man zur Zeit auf dem Markt bekommen könnt, aber die Specs, die man euch hier liefert, dürften euch definitiv überzeugen. Und überzeugen wird euch auch am Ende der Snapdragon 8 Gen 2, denn das ist der zur Zeit schnellste Prozessor, den ihr im Android-Bereich bekommen könnt und deshalb muss der natürlich auch in das brandneue Xiaomi 13 mit rein. Dann, wenn ihr euch aber für die Speicherkonfiguration entscheidet, gibt es ein, zwei Details, auf die ihr definitiv achten müsst. Denn man bietet euch das Ganze mit 128 oder 256 GB internem Speicher an. Wenn ihr euch für die größere Version entscheidet, dann bekommt ihr UFS 4.0. In der kleineren Konfiguration, die ihr auch nur mit 8 GB RAM bekommen könnt, da gibt es UFS 3.1. Also entscheidet euch hier schon, je nachdem was euch der Speed wert ist, müsst ihr natürlich auch mehr zahlen, aber es ist vielleicht so ein bisschen eine Investition in die Zukunft. Deshalb, nochmal an dieser Stelle, schaut es euch genau an, für welche Art von Konfiguration ihr euch am Ende entscheidet. Was aber alle Konfigurationen zusammen haben, ist die identische Kamera, beziehungsweise das identische Kamera-Setup. Und hier möchte ich nochmal kurz einschieben, denn mir ist es wichtig zu sagen, was hat die Designsprache eigentlich zu bedeuten. Und ja, man hat eine Veränderung vorgenommen zum vergangenen Jahr, aber es ist für mich persönlich eine positive Veränderung. Ja, der Kamera-Bump nimmt natürlich mehr auf der Rückseite ein, aber durch dieses noch kantigere Design und durch diesen schönen Kamera-Bump wirkt es für mich alles in allem sehr rund. Es ist und bleibt aber wie immer Geschmackssache, doch mich hat man damit definitiv abgeholt. Jetzt erinnert mich so in den Zügen auch leicht an die Google Pixel 4 Modelle seinerzeit, die ich echt gefeiert habe, auch wenn die einige Schwächen hatten. Aber genug Geschwärm von Design und Rückseite etc. Kommen wir doch mal zu dem, was uns hier geboten wird. Dich hat die Xiaomi 13 Serie abgeholt? Naja, dann hol doch vielleicht dein Xiaomi 13 Pro ab, denn in diesem Video verlose ich ein Xiaomi 13 Pro. Nutze also jetzt deine Chance und schau dir das Video an. Denn als Hauptkamera bekommt ihr eine 50 Megapixel Hauptkamera, hinter der die Sony IMX800 steckt. Dazu gibt es dann nochmal eine 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und eine 10 Megapixel Telekamera. Aber das Wichtigste ist eigentlich wirklich die Hauptkamera, denn mit der versucht man zu punkten. Und das ist auch ein Update, das man jetzt der günstigeren und kleineren Version hier spendiert hat. Das ist extrem wichtig gewesen, denn im vergangenen Jahr hat man auch eine gute Kamera verbaut, aber die hat man schon fast eher in der Mittelklasse gefunden. Und jetzt mit der Sony IMX800 möchte man weiter nach oben. Und das macht man auch deutlich, indem man noch mehr in Richtung Fotografie geht, beziehungsweise noch mehr auf Details achtet. Ein ganz großes Plus, was man an dieser Stelle bekommt, ist natürlich die Kooperation mit Leica. Ja, wir können natürlich auch an dieser Stelle sagen, dass es nur ein Name ist. Aber es verbergen sich viele kleine Details da drin und für uns in Deutschland ist es schön, denn es ist das erste Smartphone, das offiziell mit diesem Leica Branding zu uns kommt. Und das feiere ich schon ein bisschen, denn diesen Hersteller haben wir sonst bei einem anderen Smartphone-Hersteller gefunden. Nichtsdestotrotz, das Kamerasetup wirkt insgesamt sehr ausgewogen und könnte viele Fans da draußen gewinnen. Ach ja, fast hätte ich das vergessen. Auf der Front bekommt ihr dann nochmal eine 32 Megapixel Selfie-Cam spendiert, die oben mittig eingelassen ist. Also damit handelt es sich eigentlich um die normale Kost, die ihr hier insgesamt bekommt. Beim Akku wird es aber dann insgesamt nochmal ein bisschen interessanter, denn auf der einen Seite freue ich mich, auf der anderen Seite muss ich sagen, ah, das ist noch nicht perfekt. Denn der 4500 mAh starke Akku unterstützt alle drei Arten des Chargings. Was meine ich damit genau? 67 Watt kabelgebundenes Laden, 50 Watt Wireless und 10 Watt Reverse Charge habt ihr hier bei diesem Smartphone mit dabei. Und das wäre ein solch kleines kompaktes Smartphone ehrlich gesagt ganz gut. Enttäuscht bin ich dann doch ein bisschen, was die Ladegeschwindigkeit angeht, denn 67 Watt, das hatten wir auch schon beim Vorgänger. Und hier muss ich sagen, ein Update hätte dem Ganzen ganz gut getan, denn in der T-Pro-Reihe haben wir ja auch schon gesehen, hey, ihr könnt 120 Watt, warum bietet ihr das nicht dann direkt im Xiaomi 13 mit an? Aber es ist am Ende irgendwie eine Milchmädchenrechnung, denn ihr braucht es nicht zwingend. Das Laden ist mit 67 Watt schon extrem schnell und der 4500 mAh starke Akku dürfte in weniger als einer halben Stunde aufgeladen sein und damit reicht das definitiv. Interessant ist dann eher, wie sieht es mit der Akkukapazität aus, wenn man durch den Tag kommen möchte und mit 4500 mAh könnte das auf jeden Fall klappen. Der Schlüssel liegt aber dann in der neuen MIUI. Die MIUI 14 hat insgesamt einen Schritt nach vorne gemacht. Es ist nicht die Tatsache, dass das Ganze auf Android 13 basiert. Das Ziel ist es, diesen Schritt zurückzugehen und damit meine ich, alles etwas zu entschlacken. Schlanker, weniger Werbung, mehr Privatsphäre, mehr das, was man noch eigentlich von Android kennt. Weniger verspielt, dem Konsumenten das zu geben, was er möchte, ohne ihn gleichzeitig zu überfordern. Genau das soll die neue MIUI 14 sein und ich verspreche mir hier ehrlich gesagt ganz viel. Denn ein großer Kritikpunkt, der bis jetzt von euch aus der Community immer wieder gekommen ist, ist das US. Und ihr wart nie wirklich zufrieden damit. Nun ja, ob sie mit der Update-Politik jetzt nochmal eine Schippe drauflegen können, das gilt es abzuwarten. Aber mit dem Stand, mit dem sie es liefern, können sie auf jeden Fall bei einigen von euch da draußen punkten. Punkten möchte man dann auch mit Stereo-Lautsprechern, okay, Fingerabdrucksensor unter dem Display, okay, und einer IP-Zertifizierung und das ist echt cool. In den vergangenen Jahren hat man sich immer wieder so ein bisschen daran gehalten, hey, diese Zertifizierung, die kostet Geld, das sparen wir uns, wir investieren das lieber woanders. Jetzt geht man aber diesen Schritt und möchte mit den anderen großen Playern mithalten und das feiere ich irgendwie schon so ein bisschen. Feiern tue ich aber auch die Rückseiten, denn ihr bekommt eine Keramik-Version geboten und eine vegane Leder-Version. Und die hat mir schon beim Zwölfer sehr gut gefallen und war für mich so mitunter ein Ausschlag, warum dieses Smartphone so gelungen ist. Jetzt mit dem Xiaomi 13 schließt man sich an und möchte das natürlich auch liefern. Und jetzt ist meine finale Frage natürlich an euch, holt euch das Xiaomi 13 ab oder sagt ihr, hey, das ist eigentlich nur ein weiteres chinesisches Smartphone. Schreibt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare, wie immer freue ich mich auf den fairen Austausch mit euch. Und lasst mich wissen, was ihr über das Xiaomi 13 denkt. Ich sage vielen Dank, dass ihr bei diesem Video mit dabei gewesen seid. Bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger. Beautyve답t disability. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.